Yo, 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 was geht ab? Ich bin's wieder, euer Schurke. Heute mit der Thematik Hausaufgaben machen Hausaufgaben Sinn. Und aus meiner Sicht machen Hausaufgaben Sinn von der ersten bis zur, weiß ich nicht, bis zur achten, neunten Klasse. Und danach macht's aus meiner Sicht keinen Sinn mehr. Danach sollte jeder für sich selber entscheiden können, ob man Hausaufgaben machen will oder nicht. Weil, warum jemand, der was unter Zwang machen muss, macht's ja ungern. Warum muss ich jemanden dazu zwingen, diese Hausaufgaben zu machen? Man sollte eher sowas wie eine Lernempfehlung geben, wo der Lehrer am Ende des Unterrichts dir Vorschläge macht, was du zu Hause machen kannst, aber du es nicht machen musst. Weil jeder ist aus meiner Sicht für sich selber verantwortlich, ob er diese Hausaufgaben oder diese Lernempfehlung machen will oder nicht. Und vielleicht gibt's auch Schüler, die einfach so gut sind, dass sie sagen, ich muss das nicht machen, ich schreib trotzdem gute Noten, sowas gibt's ja auch. Warum sollen diese Schüler dann auch dafür bestraft werden, dass sie Hausaufgaben nicht machen, wenn sie auch so gute Noten schreiben und sich das dann aber bei denen in der mündlichen Note widerspiegelt? Ja, das check ich einfach nicht. Vielleicht seht ihr das ja anders, ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich seh's auf jeden Fall so, dass das mit den Hausaufgaben jeder für sich selber entscheiden sollte, weil letztendlich ist es ja auch so, dass ich diese Hausaufgaben mache, um eine gute Note zu schreiben. Ich schreib eine gute Note, um gutes Zeugnis zu bekommen, um mich damit irgendwo bewerben zu können, bei der Uni, bei der Arbeit oder bei einer Ausbildung. Aber das ist halt die Sache, was ich gerade sage, ich mach das für mich und der Lehrer, wenn der Lehrer seinen Unterricht macht, kann ihm das doch egal sein, was ich für mich machen will. Vielleicht sage ich einfach, mir reicht das so und ich will nicht mehr machen. Das kann dem Lehrer ja geil sein, weil der Lehrer sich ja später nicht mit meinem Zeugnis irgendwo bewirbt. Ja, das zum Thema Hausaufgaben, ein kürzeres Video, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von Hausaufgaben haltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen, schreibt in die Kommentare, lasst mir einen Daumen hier. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.